Hallo Freunde, was geht unter mit der Nähe herzlich willkommen. Und ja Freunde, ich bin leider sehr, sehr traurig, weil mein erstes Video irgendwie verloren gegangen ist, wenn es nicht mehr hat noch da. Ich hab mir mehr bestellt und ich hab noch ein paar Informationen mitgesagt. Der neue Brawler Amber ist draußen und ich hab das Update leider verschlafen. Aber dafür werden wir jetzt noch einmal die Map spielen und trotzdem gehen wir einfach auf Testspiel. Da nicht oben steht Map Maker und die Maps, die man erstellt hat, daneben. Meine Map ist aus der Kabine und ich zeig euch gleich nochmal die Map. Ich nehme Tara, die Map geht so aus. Ich find die sehr cool. Man kommt eben aus der Kabine raus. Ich würde sagen, ich fang gleich an. Die ist auch wirklich so cool, wie die aussieht. Also super, wenn du dir eine Map aus nimmst, dann prima. Da hab ich ja alle so chillen. Ich kenne das mit einem auch. Man spricht auch wieder aus den Dingern, nur leider. Man kommt man dann eben nicht raus, aber das ist dann eben so. Das ist dann eben so. Weg. Nein, jetzt fährt das ein bisschen nach. Ah, okay, mit Tara, nicht so ne beste Idee. Wir nehmen aber nicht der P. Mit dieser Map würde ich sagen, kann man aber auch richtig gute Trickshots machen. Also da stehen Fässer, man kann, man spawnt, man aus der Seite, dann ist man schneller, falls ein Trickshot tatsächlich mal misslungen ist, im Livestream oder sowas, spawnt man direkt aus der Seite, sodass man dann schneller wieder ins Spiel kommt. Und die Lags sind jetzt natürlich nur bei mir, glaube ich. Ich bin der einzige, der diese Map spielen kann. Ich sei natürlich, die noch Testspiel, da hat Freunde oder sowas ein und dann, oh. Dann natürlich nicht, aber ich bret mal hier mal geschwitzt aus. Aber dann war es das auch schon. Hier nochmal geschwitzt. Das machen wir auch immer. Hier. Ach man, was wollte ich denn jetzt sagen? Ja, lass du Like und ein Abo da. Nein, das ist jetzt nicht das, was ich sagen wollte. Was ich sagen wollte ist, endlich mal wieder ein Brawl Stars Video. Was? Wie? 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 Was? Wie? Warum? Und jetzt habe ich freie Bahn und... Bro, ich dachte erst, der geht nicht. Ja, mit Mr. P ist gut, aber wirklich mein Favorit für diese Map. Wenn die irgendwo ist, eigentlich Ember. Aber ich habe tatsächlich keine Ember. Deswegen kann ich euch nicht zeigen. Weil die macht... Das ist echt... Guck mal. Da braucht man 3,0 Sekunden. Dann ist... Alles weg. Und das ist für diese Map richtig gut. Gehe das finde ich auch mal an. Und... Wie selbst die Ult. Kann man alles gebrauchen. Hier. Also Ember ohne Scheiß. Ist für meine Map wie gemacht. Aber das war es auch mit dem Video. Ich wollte euch meine Map zeigen. Ich benutze bestimmt auch mal in manchen Testspielen. Haut rein. Bis bald. Und ciao Kakao.